Für eine erfolgreiche Vermittlung von Gewerbeimmobilien kommt es vor allem darauf an, den richtigen Partner zu finden. Jemanden mit Erfahrung. Jemanden wie uns. Engel & Völkers Commercial Engel & Völkers ist eines der weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen für Gewerbe- und Wohnimmobilien. Seit über 35 Jahren bildet unser globales Netzwerk und die lokalen Marktkenntnisse unserer Experten das Fundament unseres Erfolgs. Und das in mittlerweile mehr als 36 Ländern auf vier Kontinenten. Im Bereich Gewerbeimmobilien sind wir inzwischen an rund 70 Standorten vertreten. Ob Wohn- und Geschäftshäuser, Büro- und Industrieflächen, Retailflächen oder Hotels und Investmentportfolios. Engel & Völkers Commercial ist immer Ihr kompetenter Partner. Unsere professionell ausgebildeten Consultants entwickeln die passende Strategie für Ihr Anliegen und sorgen mit einem exakt auf Ihr Objekt zugeschnittenen Marketingkonzept für die erfolgreiche Vermittlung Ihrer Immobilie. Von der Marktpreiseinschätzung bis zur Objektübergabe. Unser Ziel ist Ihr Vermarktungserfolg. Hierfür ermitteln wir statistische Marktdaten und kombinieren diese mit dem fundierten Expertenwissen unserer Mitarbeiter. So beleuchten wir gezielt das aktuelle Geschehen lokaler und überregionaler Immobilienmärkte. Wenn Ihnen die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner wichtig ist. Wenn Sie den Vorteil des globalen Netzwerkes eines weltweit führenden Immobilienunternehmens zu schätzen wissen. Wenn Sie von umfassenden Marktkenntnissen und einer international etablierten Marke profitieren möchten. Dann sind Sie bei Engel & Völkers Commercial an der richtigen Adresse. Wir freuen uns darauf, auch für Ihre Immobilie die richtige Strategie zu entwickeln. Kontaktieren Sie uns noch heute.